So, Freunde, Tim versucht jetzt ein Triple-Front-Lit. Wenn ihr wollt, dass wir uns selber so einen Blobsack kaufen, dann lasst mal 20.000 Likes da, dann kauft wir uns so einen Blobsack. Jo, Freunde, was geht ab? Guten Morgen aus Kupangan. Wir fahren heute in einen Wasserpark, Patrick kann leider nicht mit, weil er sein Ziel kaputt hat. Hey, Matthäus, da ist sogar Blut, das ist richtig schädelisch. Das ist richtig schädelisch. Das ist dieses Ei. Desinfektion. Desinfektion. Desinfizieren, man facken, man down. Okay. Nee, Roller kriegst du nicht, den kriegst du nicht. Wir müssen jetzt noch bis 12 Uhr warten und dann fahren wir mit einem Taxi. Ich zeige euch mal ganz kurz unser Hotel, wo wir chillen. Heute ist das Wetter nicht so nice, aber man kann ja nicht alles haben. Auf jeden Fall hier ist der Pool, das ist übergechillt. Das Wasser ist übelst kalt, ich kotze, weil wir keine Fischung mitgekommen. An dieser Kante hat Patrick sein Ziel gestoßen, ist einfach gelaufen in der Nacht. Mit Flip-Flops und dann ist sein Ziel hiergegen geknallt. Bam, richtig so ... und der ist so ... Hier ist so der Strand mit einer übergechillten Schaukel. Da habe ich schon Rückkehrsseite runter gemacht. Aber danach hat mein Bein voll weh, die Schaukel ist auf ihn übergechillt. Da ist ein Hund, der hat nur drei Beine, aber den geht's gut. Das geht ab, Laura. Das ist gut. Der Hund ist auf jeden Fall schuldig drauf und der kann auch gut laufen, ne? Hier ist unser Strand, wie gesagt, das Wetter ist heute nicht so nice. Aber die Insel ist hoh, der ist gechillt. So, wir sehen uns gleich im Taxi. So, Freunde, auf jeden Fall sind das die Standardtaxis hier. Da sitzt Tim Torpedo und der Bessel Rudi, der kann heute nicht reden. Seine Stimme ist leider away. Da sind ein paar Touristen, die zeigen wir euch später. Hier ist ein einheimischer Thailänder, der auf einem Leader-Roller sitzt. Er fährt ungefähr ... Kommt zur Kamera. Wow! So, Freunde, wir sind jetzt am Wasserpark, der sieht so aus. Da ist ein Blobsack, da springen wir gleich drauf rum. Auf jeden Fall, erst mal schwingen wir jetzt in Kammer. Yes. So, Leute, ihr kennt das Schwingen bei uns zu Hause. Hier ist noch ein geileres Schwingen. Der Max probiert das jetzt. Ist der auf dem Bauch? Ja, da hat man gefailt, Max. Ist er auf dem Bauch zu schauen? Okay, jetzt Rudi dann. Ja, Mann, klar gemacht. Chill, Jule. Er ist sauerbar, oder was? So, Freunde, wir checken jetzt den Blobsack ab. Als erstes springen wir ganz normal, ne? Ja, Mann. Wer fängt von uns an? Willst du als erstes? Ja, das machen wir. Ja, komm. 3, 2, 1. Wir springen. Äh, der hat direkt in Vorflick gemacht. So, Leute, Max dann in der Reihe. 3, 2, 1. Boah, der macht klar. So, Rudi ist auch in den Startlöcher. Ja, schweb. Tim wird jetzt von ganz oben katapultiert. Also, das wird jetzt richtig heftig. Boah, klar gemacht, Digga. Ja, der Deal ist geklärt. So, Leute, Max, 2. Sprung. Boah, wie hoch der Blitz. Das ist viel, ja, ne? Das ist doppelt so, lockert. Wo die fliegt, wo die fliegt. Die springt. Boah, Digga. Boah, die hat sich übel zusammengelegt. So, Freunde, Tim versucht jetzt ein Triple Frontrip. Da springt der Junge rein. Mal sehen, Abwehrerschaft. Die Jungs stehen wieder ganz oben. Und das sieht nicht so hoch aus, aber das ist überhoch. Und die springen da zusammen, rennen die bestimmt zusammen. Das sind 120 Kilo. Warte, jetzt auch wieder zu zünden. 3, 2, 1, 3, go. Boah, was, Junge? Nice, Digga. 1, 2. Die Junge, klar gemacht. Ja, Mann, Junge. Du bist auf Gesicht gelandet. Ey, du hättest dich aber noch kleiner machen können. Du hättest dich noch kleiner machen können, aber das nicht mehr riefen. Ich hab doch nichts mehr gesehen. Ey, 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 ey. Das Team hat auf jeden Fall klargewordt. Leute, Max versucht jetzt auch Triple Frontlip. Ich hab's grad schon geschafft. Schade, 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 mein Freund. Max, das war vierfache bei dir, glaub ich, grad, ne? Das war zu schnell für alle. Schivert. Aber ich glaub, ich bin schief aufgefuckt. Warum, ehrlich, kein Spaß jetzt? Nee. Du hast einfach nur den gemacht und dann so, oh, ich mach doch Baranien. Aber egal, ich bin stolz auf dich. Weil ich weiß, dass du es gewollt hast. Schivert. Danke. So, Max, dritter Versuch. Was machst du, Max? Auerbach. Der versucht jetzt einen Auerbach. Das ist auf jeden Fall viel schwerer, weil man wird automatisch nach vorne gekickt, sodass man ein Frontflip macht. Das ist auch wieder ein bisschen tricky. Rudi hat einfach über den Auftrag. Der chillt die ganze Zeit da hinten auf diesem Ufo. Ey, Rudi, war's eigentlich dein Auftrag da hinten? Schau. Der chillt sein Leben. Ich glaub, der hat Angst, ins Wasser zu springen. Ja, normaler, billiger Frontflip ist immer. Der ist aber auch echt schwierig. Der ist auch echt schwierig. So, Freunde, Tim versucht jetzt einen Zuckerhaar an. Mal sehen, ob er den hinbekommt. Das ist auf jeden Fall ein schwerer Trick. Tim hat die ist auf jeden Fall vorgelegt. Der hat ein paar mehr Tricks als ich. Der hat mehr gelernt als ich. Mal sehen, ob der klar macht. Ja, Mann, hat nicht geklappt, oder? Keine Chance, Digga. Also, Freunde, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass Tim einen dreifachen Auerbach gemacht hat. Äh, Auerbach, dass er einen dreifachen Vorwärtshaltung gemacht hat. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich versuche das jetzt auf jeden Fall noch mal. Ob ich mich ablege oder nicht, das werden wir gleich sehen. Ich hoffe ja mal nicht, ne? Ich wünsche mir Glück. Okay, Max, du siehst auch ein Triple. Ich glaube, es wird beim Double bleiben, aber wer weiß. Vielleicht macht der Junge einen Knall. Ja, Double war schon mal, Double war schon mal. Double hast du schon mal. Aber du warst komplett offen. Ja. Als Google gemacht, hättest du Locker 3-Fachen geschafft. So, Freunde, das war's mit dem Video. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, mit dem Blobsack. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Das war der Oberarm, oder? Das war so geil hier. Wenn ihr wollt, dass wir uns selber so einen Blobsack kaufen, dann lasst mal 20.000 Likes da. Dann kauft wir uns so einen Blobsack und benutzt ihn nächstes Jahr. Aber erst mal nächstes Jahr. So, Freunde, bis zum nächsten Mal. Und noch viel Spaß in Deutschland. Hau und rein, piks mal ein. Mann, 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 Mann. Ja, тяж Moore. Ja, ran we zum nächsten Mal. Ja. Dannenkos. Nichts? Zичего якisch. Und depred pendulum. Ja. Bachelor.